Moin Moin, herzlich willkommen. Hier ist wieder euer NX-Delta mit einer weiteren Folge der Raumschiffmodelle von Star Trek. Heute Ausgabe, äh, Folge 11 meine ich natürlich, mit der Ausgabe 21 und 22. Wie schon in der letzten Folge angesprochen, starten wir heute mit dem Ferengi Marauder, wie immer, mit dem Heft. Ja, das erste Schiff der Ferengi, was in dieser Raumschiff-Sammlung dabei ist. Weiß gar nicht noch, ob da noch mehr Schiffe vorkommen, beziehungsweise irgendwie Möglichkeiten überhaupt bestehen, dass noch andere Schiffe kommen. Kennt ihr noch andere Schiffe der Ferengi? Wenn ja, post mal in die Kommentare, bin gespannt. Was ich ein bisschen schade finde, die Ferengi sind hier in dem Heft in Rot gehalten. Ich persönlich finde ja, ein Gelb oder ein Goldhills mehr getan, wegen dem Latinum, also ich hab da immer so eine eher eine Verbindung zu, mit einer gelben Farbe bei den Ferengi. Okay. Hier haben wir nochmal einen Ferengi-Shuttle. Vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit als Modell. Dann haben wir einen sehr interessanten Beitrag hier über die Entstehung der Ferengi. Die war zum Beispiel eigentlich, wie man hier in dieser Hauptüberschrift lesen kann, als ständige Bedrohung für Köppen-Pikar gedacht. Als Piraten, okay, ja, Piraten kann man, kann man ja so sehen, wenn sie Profit machen wollen, dann piraterieren sie, na, üben sie auch Pirat, piratische Tätigkeiten aus, so. Hier nochmal zwei Konzeptzeichnungen der Ferengi. Dieses Design wurde dann nicht genommen, aber das wurde später wiederverwertet. Ich glaube sogar für die Vadvur in Voyager. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich in den Kommentaren. Hier haben wir das Design des Ferengi-Mera-Rotas. Für das Modell merkt euch mal dieses Bild hier, oder auch dieses Bild hier, wie detailliert das hier ausschaut. Hier auch eben mit dem Logo drauf, mit den ganzen rausstehenden Rohren, beziehungsweise Leitungen oder Abdeckungen und Platten. Was eben sehr detailliert hier ist. So, und jetzt kommen wir zu den Modellen. So, da fällt wieder der Boden ab. Das übliche Leitthema. Wie ihr sehen könnt, ist es obenrum hübsch detailliert. Viele Fenster aufgemalt, das Logo der Allianz, der Ferengi-Allianz. Noch hinten hier, der mit der anderen Sektion. Und jetzt kommen wir zu unten. Da hat man auch zwar diese Einkerbungen, aber nicht so, wie man das ausgeprägt, wie es eben in dem Mav gerade zu sehen war. Oder auch hier zum Beispiel fehlen überhaupt die beiden Logos. Also mir fehlt an der Unterseite einiges an Details. Da hätten sie oben ein bisschen weniger machen können. Und von unten, ja. Na ja, dazu muss ich nicht mehr viel sagen, ich habe es ja gerade selber gesehen, dass da der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Aber was Modell sieht man ja nur von oben, wenn es im Ständer steht. Zack. Und ansonsten ein sehr schönes Ferengi-Schiff. Bisschen mehr Detailliebe vielleicht auf dem Boden. Aber na ja, was soll man machen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Heft. Das ist nämlich das Heft Nr. 22, die USS Equinox NCC 72381. Ja, dieses Schiff ist zu sehen in der Voyager-Folge, wie sie ja auch genauso heißt, die Equinox. Es ist eine Doppelfolge, sprich Staffel Ende und Staffel Anfang. Und behandelt ja die Thematik, wie dieses Schiff auch im Delta Quadranten gestrandet ist und auch versucht nach Hause zu kommen. Das Problem ist einfach dabei, dass die Besatzung viel kleiner ist als die der Voyager. Sprich, diese Besatzung hat keine andere Wahl und missachtet die oberste Direktive und verstößt gegen Gesetze der Föderation. Also benimmt sie so gesagt genau daneben, also voll daneben. Und zum Beispiel beutet eine andere Rasse aus, man sieht sie hier und hier. Um zum Beispiel ihren Antrieb immens zu steigern, sprich, dass sie schneller unterwegs sind. Hier der Hauptsystemmonitor, wie man es auch nennt, Master Situation Display. Ja, hat sogar Platz für zwei Shuttles. Und was wir im Modell auch sehen werden, und was auch nicht in der Serie zu sehen war, aber bei dem Modell, Sie müssen es gleich noch genau sehen. Wenn man diesen Bereich hier genauer beachtet, ich versuche es mal ein bisschen näher heranzuholen, das ist ein, ja wie soll man es sagen, eine Captainsjacht. Dieses kleine Schiff hat sogar eine Captainsjacht, beziehungsweise eine Aerospace oder irgendein schnelles, wendiges kleine Schiffchen auf jeden Fall noch an Bord. Hier nochmal die Schemetics, wo was genau liegt, zum Beispiel die Brücke, dann der Hilfsdeflektor. Ja, hier jetzt interessant zu erwähnen ist, dass dieses Design eigentlich gedacht war als Defined, bevor die Defined entwickelt wurde, also vom Aussehen her. Wurde aber dann verworfen, das Design wurde entwickelt, und dieses Design wurde wiederverwertet, dann eben für das wissenschaftliche Schiff der Nova-Klasse, oder beziehungsweise die Equinox. Equinox, Entschuldigung. Das ist auch so ein kleiner Zumbrächer, finde ich persönlich. Hier das Modell, eben beziehungsweise die Grafik, wie es mit den Schäden ausschaut. Die es in der Reise im Delta Quadranten erlitten hat. Dann haben wir hier auch wieder einen Beitrag, den ich persönlich nicht so in dieses Heft eigentlich einordnen würde, sondern eher in das Heft der Voyager gepackt hätte, nämlich die Reise der Voyager. Wie sie versucht halt auch, ihren Weg abzukürzen, wie zum Beispiel mit dem Slipstream der Dauntless. Hier hat Kes mit ihren telepathischen Fähigkeiten und mit ihren überhaupt ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten die Voyager ja dann ein paar Lichtjahre weitergeschleudert. Dann haben wir hier das Katapult und eben einen Beitrag darüber, wie die Voyager versucht, ihren Weg abzukürzen. Hier ist noch ein kleines interessantes Detail. Das werde ich jetzt aber nicht spoilern. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich schreibe es gerne dann dazu, was genau da drin steht. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier. Und wie ihr sehen könnt, in der nächsten Folge gibt es dann, da meldet sich mein Handy, Entschuldigung dafür. In der nächsten Folge gibt es dann die kardesianische Galor-Klasse. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer Annex Data und danke fürs Einschalten. Allt, stopp. Was war denn da jetzt los? Ich habe die Folge beendet, ohne euch das Raumschiff zu zeigen. Das hören wir jetzt nach. Ich danke auch dem User, dem das aufgefallen ist, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich irgendwas vergessen habe. Es geht immer noch um die Nova-Klasse, beziehungsweise um die US Equinox, die ihr hier sehen könnt. Und das ist das Modell. Ziemlich groß für dieses kleine Schiff eigentlich. Dafür sehr detailreich dadurch, wie ihr hier schon sehen könnt. Viele schöne Details. Nochmals entschuldige ich mich, dass das jetzt hier mit Schnitt gemacht wird. Das nächste mache ich darauf, dass wieder nach dem Heft natürlich auch das Modell zu sehen ist. Hier ein bisschen blöd, diese kleine oder diese kleine große Hälfte. wie man das sehen möchte. Das ist aber jetzt nicht so groß. Man kann ja mal gucken. Das kommt daher, weil das hier ein klein bisschen übersteht, weil im Übergang von dem unteren Bereich des Modells auf den oberen und dadurch sieht man das auch noch besser. Aber ansonsten ein sehr schönes Modell der Nova-Klasse, beziehungsweise der Equinox. Auch hier die Halterung. Zack, gleicht einfach in die Übertassen-Sektion. Das ist soweit zu dem Modell. Jetzt kann ich wirklich Tschüss sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Euer Anix Data. Ciao, ciao, ciao.